Heuer finden wieder ÖH-Wahlen statt. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Briefwahl für dich zusammengefasst. Erstmals kannst du bei dieser ÖH-Wahl deine Stimme auch bei Briefwahl abgeben. Falls du in den drei Wahltagen im Mai nicht an deiner Hochschule bist, kannst du deine Wahlkarte einfach und bequem online beantragen. Aber Achtung, mit deiner Wahlkarte kannst du zwar die Hochschulvertretung und die Bundesvertretung, nicht aber deine Studienvertretung wählen. Deine Wahlkarte kannst du ab 1. April online beantragen. Von 19. bis 21. Mai sind die ÖH-Wahlen. Nütze deine Stimme, denn nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen. Hashtag OEH15.